Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Herzlich Willkommen in der Singles Week 2023. Die findet jetzt ab jetzt, ab heute 18 Uhr bei Pure statt. Und ihr könnt bis zu 70% auf super viele Produkte sparen und bekommt nochmal mit Claudis Welt 10, 10% nochmal runter. Also es ist einfach richtig krass und ich möchte euch heute einfach mal die Deals vorstellen, die es so gibt und zwar alle. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe versucht das Ganze jetzt mal so in Kategorien einzuteilen, also Make-up, Body, Hair, Face und habe euch dazu auch die Timestamps reingepackt. Ich versuche euch auch ganz ganz viele Links und Empfehlungen in die Infobox reinzupacken. Seid auf jeden Fall schnell. Letztes Jahr war super schnell auch sehr viel ausverkauft, denn es ist einfach richtig heftig, was hier so abgeht. Also müssten glaube ich bis zu 73% dann quasi sein, wenn ihr auch noch Claudis Welt 10 auf die maximal reduzierten Produkte anwendet und fast alles ist mit 20% rabattiert und boah, es rastet einfach alles gerade tierisch aus. Also ich starte die ganze Geschichte einfach mal und zwar mit, ja im Prinzip ist es ein Produkt bei Beauty Bakery und zwar ist es das Setting Powder und das ist wirklich richtig gut, habe ich auch selber tatsächlich da in meiner Collection und das ist 70% reduziert. Das ist einfach sehr, sehr viel. Ihr bekommt es halt wirklich nur noch für ein abblunden Ei und da würde ich euch definitiv empfehlen zuzuschlagen, weil das ein sehr cooles Puder ist und ihr damit halt auch wirklich das Gesicht gut fixieren könnt, das Make-up gut fixieren könnt. Genau. Als nächstes sind wir bei Beauty Blender. Da bekommt ihr auf alles 30% Rabatt. Beauty Blender kennen wir ja die Schwämmchen vor allem, aber die haben auch so Seifen und Tools und so weiter und ja, das ist ja quasi die Mutter aller Make-up Schwämmchen, um das mal so zu sagen. Sehr empfehlenswert. Dann haben wir auch noch BH Cosmetics am Start. Da hast du auf alles prinzipiell erstmal 30% Rabatt und wenn du dir die Lidschattenpaletten anschaust mit 16 Farben, sind die um 50% rabattiert. Fun Fact dabei ist, dass das tatsächlich auch noch die BH Cosmetics Formulierungen sind. Also da haben wir auch wirklich die Qualität, die wir damals lieben gelernt haben, in den Produkten drin. Vor allem die Lidschattenpaletten. Ich meine auch, dass die aus dem neueren Sortiment auch Produkte bei sich mit drin haben, aber halt auch so wirkliche Oldies, wie zum Beispiel Mrs. Bella, habe ich dort auch immer mal wieder gesehen. Und ja, schaut da einfach gerne rein, wenn euch das noch interessiert, weil da auch sehr schöne Paletten von neutral bis sehr, sehr bunt auch vertreten sind im Sortiment. Also ich glaube, die Saint-Tropez-Palette ist zum Beispiel super, super bunt. Die habe ich selber auch da. Und Hanging in Hawaii ist, glaube ich, dann eher so die neutralere Variante davon. Dann habe ich hier Be Perfect. Da haben wir erstmal generell 30% auf alles, was auch richtig heftig ist. Schaut euch definitiv die Foundation an. Die gibt es in Matt und die gibt es in Luminous, also in Illuminating. Ich finde die einfach richtig, richtig empfehlenswert. Also sehr, sehr schöne Foundation-Produkte, Geschichten, Gedönsen. Für mich hier mit den ganzen Lichtern vor der Kamera ist die matte Variante sehr schön, weil die sehr, sehr deckend ist. Und die Illuminating-Variante trage ich super gerne im Alltag. Also schöne, hochwertige Verpackung und dann nochmal 30% Rabatt drauf und dann nochmal 10% Rabatt drauf. Ist schon eine heftige Geschichte. Und dann haben wir auch noch die Carnival All Stars Palette, die auch eine sehr schöne, sehr, sehr bunte Palette ist. Da haben wir krasse 70% Rabatt drauf. Hier ist aber zu bedenken, was meine Empfindung dabei ist. Wir haben sehr wenige Schimmertöne dabei. Also ich persönlich hätte mir auch bei der All Stars Palette, bei der Carnival All Stars Palette gewünscht, dass da mehr Schimmertöne drin sind. Aber gut, die ist jetzt 70% Rabattiert. Falls ihr sie noch nicht habt und mal immer irgendwie damit geliebäugelt habt, dann schaut euch die auf jeden Fall mal an. Vielleicht wäre das für euch. Und falls ich irgendwie auch zu den jeweiligen Produkten, die ich in diesem Video erwähne, irgendwie einen Schminkie habe, schaut auf meinem Kanal vorbei. Also ich habe sehr, sehr viele Produkte auch von Pureish getestet, aber auch generell, ne. Und genau. So, dann sind wir bei Browly. Die Marke habe ich jetzt so gar nicht ultimativ bei mir im Test. Da gibt es 70% Rabatt drauf. Das ist richtig, richtig, richtig viel. Dann ist auch noch Catrice hier mit am Start. Und da haben wir 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte. Das ist die Hälfte. Das ist der Hammer. Disney Villains Crystallized Rose Quartz Eyeshadow Palette. Das ist halt auch so eine richtige Oldie-Palette, ne. Catrice Cosmetics Pro Desert Roman Slim Eyeshadow Palette. Oh ja, das ist ja auch eine von diesen länglichen, ne. Diese Slim-Paletten. Ich blende euch ja eh die Bilder ein. Und die UiMagic Box. Das heißt, da hast du nochmal 50% Rabatt drauf, obwohl die UiMagic Box ja generell schon mal reduziert ist, dadurch, dass es halt ein Bundle ist, ne. Da kannst du gut sparen. Ja, was ich auch richtig cool finde, ist es, dass Danisa Myricks auch mit hier am Start ist. Und zwar bekommst du bis auf die Lightwork 5 Palette zuallererst 20% Rabatt. Auf die Lightwork 5 gilt 15% Rabatt. Und dann bekommst du nochmal mit Claudies Welt 10, 10% Rabatt drunter. Das ist eine hammergeile Palette. Das ist natürlich eine sehr hochpreisige Palette, die nicht unbedingt so für Anfänger oder so gedacht ist, sondern halt wirklich für Profi-Make-up, für ich liebe Make-up und möchte es lieben, ne. Dafür ist die einfach so ein bisschen auch. Und ja, die kannst du jetzt aber trotzdem rabattiert bekommen. Auf alles andere gilt 20% und dann hast du auch noch entsprechend 50% Rabatt auf die Infinite Chrome Pencil in Amethyst, Emerald und in Bronzite. Das ist natürlich auch richtig cool, wenn du da die Hälfte drauf sparen kannst und dann auch mal 10% runter. Das ist wirklich heftig, ne. Und überhaupt 20% Rabatt auf Danisa Myricks, Leute. Zieht euch das rein. Was ich euch da auch sehr empfehlen kann, sind die Blushes, diese Cream Blushes. Die sind auch sehr, sehr schön. Und falls es das aktuell geben sollte, natürlich auch das rosa Puder oder generell das Setting Powder, was Danisa Myricks bei sich hat. Auch die Foundation bzw. der Skin Tint ist sehr empfehlenswert. Wenn du nur eine ganz, ganz leichte Deckkraft haben möchtest für den Alltag, muss man einfach mal schauen, welche Farben da aktuell auch noch verfügbar sind, ne. Dann haben wir Dominique Cosmetics. Das ist auch eine Marke, die ich halt über Purish kennenlernen durfte. Die sagen prinzipiell erstmal 30% Rabatt auf alles. Sehr nice, ne. Schaut euch da auf jeden Fall auch zum Beispiel die Lidschattenpaletten an. Und die haben so schöne Produkte. Schaut euch da einfach komplett bei allen Sachen. Dann tobt euch da aus. Es gibt ja auch sowieso, das verlinke ich euch auch, ne. Die Highest Discounts und so weiter. Also das, wo ihr sowieso die höchsten Rabatte bekommt und so weiter. Da landet ihr dann direkt auch auf den richtigen Seiten. Und was auch sehr, sehr schön ist tatsächlich, ist der Augenbrauenstift. Nur ist der, wie man bei Schickitas Place auch gesehen hat, ein bisschen schwer aufzubrauchen. Da bleibt ein bisschen Produkt immer in der Umverpackung selber drin, ne. Genau, und auf die Everlasting Eye Base, also die Augen Base, ne, habe ich auch da tatsächlich, gibt es sogar 70% Rabatt. Genau, ähm, ja. Und ich sehe auch gerade, dass auch super viele The Essential Palettes zum Beispiel auch noch verfügbar. Oh, aber das Brow Blowout Shaping Gel scheint jetzt aktuell, wo ich das Video drehe, ausverkauft zu sein. Schade Schokolade. Nun, machen wir einfach mal weiter mit Fleeky. Auch das ist eine Marke, wo ich jetzt nicht so super viele Berührungspunkte mit hatte. Da gibt es jetzt aktuell 30% Rabatt auf alles. Juvia's Place hat auch 70% Rabatt auf alles. Ähm, ich glaube, die Foundation ist super, super deckend. Ich weiß nicht, ob das für jedermann was ist, aber es ist natürlich auch sehr interessant, ne. Aber 70%, Leute, ist das echt krass. Love, ja, das ist ja eine Marke, der trauen viel hinterher. 70% auf alles. Da denke ich zum Beispiel an den, ähm, Oscar The Atom Eye, den Eyeliner. Das ist ja bei manchen Hit or Miss gewesen, ne. Bei mir war diejenigen, also diejenigen, die, ähm, die ich davon hatte, die waren super, ne. Die haben auch vorne so eine Pinselspitze, haben bei mir auch richtig lange gehalten. Bei anderen hat der aber nicht so lange gehalten, ist super schnell ausgetrocknet. Bei mir hat super funktioniert. Ich kann euch den voll empfehlen. Ich glaube, der kostet dann jetzt nur noch so 2, 3 Euro. Richtig krass. Dann haben wir hier Lethal Cosmetics. Das ist eine Marke, die ich so toll finde. Die haben per se 20% Rabatt auf alles. Und dann hast du auch noch 70% Rabatt auf die Haze Plush Lip Cream in den Farben Leward, Overfly und Status Fear. Und, äh, ja, das ist eine sehr, sehr schöne Lippengeschichte. Das ist ein sehr, sehr schöner Liquid Lipstick, genau. Entschuldigung, ich bin ein bisschen, äh, erkältet. Das hört man vielleicht auch. Da ist mein Kopf natürlich auch ein bisschen dicht. So, dann habe ich als nächstes Linda Harberg, LH Cosmetics. Und, ähm, da hast du 30% auf, äh, ein paar ausgewählte Produkte. Und zwar die Aim Higher Palette. Den, das Duo Dimension. Das ist ja dieses Blush Duo Gedönsene. Ähm, die ganzen Crayons. Die, den Infinity Bronzer. Oh mein Gott, guckt euch den an. Der ist so gut. Ähm, Basic Elements. Dann, ähm, das ist auch eine Palette. Dann den Powder Puff, den ich auch so gerne mag. Also, den mag ich einfach, einfach gerne. Der ist ja auch in dem LH Cosmetics Adventskalender mit drin, ne? Dann Infinity Lip Gloss, die Blommer Palette und die Reload Palette. Also, darauf bekommst du 30% Rabatt. Das ist einfach geil. Und dann haben wir auch noch, ähm, 70% Rabatt auf die Infinity Lash Soft Volume Mascara. Ist tatsächlich auch nicht ganz so meine Welt. Also, die Mascara mochte ich leider auch nicht so gerne. Ähm, dann Shaping Light in Cool Glow und in Desert Glow. Also, das ist halt auch wirklich eine Farbfrage. Und den Infinity Lip Gloss in der Farbe Pestel Peach. Den kann man jetzt für 70% Rabatt bekommen. Dann haben wir auch noch ein Make by Mitchell mit dabei. Der ist auch mit neuen Produkten jetzt aktuell bei, ähm, Purish vertreten. Da gibt es 30% Rabatt drauf. Der hat zum Beispiel diese Blushes. Ich glaube, in Puderform jetzt aktuell auch neu rausgebracht, ne? Und auch noch so Paletten, wo du, äh, so Creamtöne drin hast. Das ist super für Artistry Makeup. Also, ganz, ganz interessant. Misao, da haben wir hier auch noch mit am Start. Und die haben eine so geile Mascara. Und die ist gerade 50% reduziert. Das ist auch das einzige Produkt leider. Das ist die Big & Thick Lashes Mascara. Die ist einfach hammermäßig. Die ist aber auch generell relativ teuer. Deswegen, wenn ihr die mal ausprobieren wolltet oder wenn ihr euch die jetzt nachbestellen wollt, das ist jetzt der Zeitpunkt. Nabla ist natürlich auch immer mit ganz vorne mit dabei. Die haben erstmal 30% auf alles reduziert. Und dann gibt es auch noch 50% Rabatt auf die Brow Ambition in der Farbe Black Brown und Warm Brown. Ist beides nicht so meins. Aber auch noch das Love Kit, was ja generell schon als Bundle reduziert ist, ist jetzt auch nochmal um 50% rabattiert. Da hast du, glaube ich, einen Lippenstift und diesen Viper mit dabei, ne? Diesen Viper Lip Plumper, Mensch. Dann haben wir die Clay hier am Start. Die machen ja Lashes. 30% gibt es da auf alles. Und auf die 3D- und HD-Lashes und den Wimpernkranzkleber bekommst du sogar 70% Rabatt. Jetzt haben wir hier Ofra. Da liebe ich ja die Highlighter. Die haben ja auch diese neuen Highlighter, ne? Also, der aussieht wie eine Blume. Wunderschön. Es gibt auf alles 30% Rabatt. Und auf ausgewählte Produkte, den Rodeo Drive Anniversary Edition Highlighter, gibt es 50% Rabatt. Also auch eine sehr interessante Marke, die ihr euch definitiv mal anschauen solltet. Die Highlighter, die bashen euch bis zum Mond und wieder zurück. Ihr könnt sie aber auch ein bisschen dezenter auftragen. Da gibt es, wie gesagt, jetzt aktuell auch diesen neuen quasi Highlighter, der aber, glaube ich, als Illuminating Powder gelistet ist oder so. Empfehle ich euch auf jeden Fall, ne? Und die haben auch noch dieses Spray, was auch ganz interessant ist. Da müsst ihr nur ein bisschen aufpassen. Das könnte ein bisschen zu glitzernd oder schimmernd für die ein oder andere unter euch sein. Revolution ist hier mit verschiedenen Rabattierungen unterwegs. Erstmal per se auf alles 30% Rabatt. Dann gibt es auf den Concealer, die Fine Concealer in verschiedenen Farben, 50% auf den Super Dio Liquid Blush in Fortunately Flushed, 50%. Ich weiß nicht, ob das der ist, der sogar im Purish Adventskalender drin ist. Den Adventskalender von Purish könnt ihr euch übrigens auch immer noch safen. Also der ist auch noch verfügbar, ne? Da weiß ich gar nicht, ob da aktuell auch mein Rabatt drauf gilt. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Das wäre ja ein Träumchen, ne? Wenn ihr dann noch 10% sparen könntet. Und dann gibt es auch noch The Simpsons Lip Kit und Forever Flawless Allure. Die beiden Produkte sind um 70% rabattiert. Genau. Dann habe ich ja auch noch Suva Beauty. Und Suva Beauty macht ja diese wunderschönen, ja, Paletten, ne? Wo du auch mit Wasser das Ganze aktivieren kannst. Wie so ein Farbmalkasten. Und damit kann man halt wirklich super easy sich sehr bunte Eyeliner schminken. Und auch sehr fancy Looks schminken. Und da gibt es erstmal auf alles 30% Rabatt. Läuft. Vielen Dank dafür. Und dann gibt es auf die, uh, auf die Opaques, U4 Grunge und U4 Primaries 70% Rabatt. Also auf die Paletten, auf die ich persönlich halt auch echt tierisch abfahre. Du kannst dir damit auch wirklich individuell deine Farben, die du gerade so brauchst, zusammenmischen. Das ist total cool. Kann ich euch wirklich empfehlen. Falls ihr die noch nicht zu Hause habt. So. Dann sind wir jetzt mit der Kategorie Make-up schon durch tatsächlich. Ich glaube, ich mache jetzt so eine Übergangsgeschichte erstmal. Und mache dann die sonstige Kategorie quasi. Etwas, was vielleicht sehr interessant sein könnte in Richtung Weihnachtsgeschenke. Es sind alle Parfüms, die es dort gibt. Und 30% Rabattiert. Und es gibt dort sehr, sehr schöne Düfte. Also, Corris hat da Düfte herausgebracht. Dann gibt es auch noch von Halloween, glaube ich. Ganz, ganz interessanter Düfte. Ich habe hier auch ein paar stehen. Und da könnt ihr euch gerne mal einfach auf der Homepage dann die Duftbeschreibung durchlesen. Und euch da einfach inspirieren lassen. Ist auf jeden Fall immer eine schöne Sache, finde ich persönlich, ein Parfüm zu Weihnachten zu verschenken. Dann haben wir auch noch HairTamin. Das sind ja unsere freundlichen Nahrungsergänzungsmittel, wovon wir noch ein paar Märchen finden werden. Da gibt es 30% Rabatt auf alles. Also, wenn ihr da etwas braucht, schlagt zu. Da gibt es ja auch Bundles, die ja per se schon rabattiert sind. Die sind dann auch nochmal rabattiert. Dann haben wir auch noch Hum. Die sind um 70% reduziert. Das ist echt viel. Das ist richtig krass. Milu, sagt mir gar nichts, ist um 30% rabattiert. Von Purish selber gibt es die Beach Bag und die Cosmetic Bag. Die sind beide um 70% rabattiert. Dann haben wir auch noch Sugar Bear Hair um 70% reduziert. Die Women's Multi-Vegan-Multivitamin-One-Month-Geschichte. Okay, das ist ein Produkt dann quasi, was um 70% rabattiert ist. Smile Makers bringt uns alle zum Lächeln. Und ich glaube auch, dass es sehr schön ist. Da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Da kannst du auf alles 20% sparen. Ja, ja. Guckt euch mal an, was Smile Makers ist, Leute. Ich möchte hier ja noch monetarisiert bleiben. So ist das alles. Sowas führt Purish auch tatsächlich. Habe ich mir aber noch nicht in PR geholt. Aber anderweitig auf jeden Fall. StylePro haben wir hier drin. 30% rabattiert. Die haben sehr viele Tools. Zum Beispiel so Kosmetik-Kühlschränke und sowas. Auch ganz, ganz interessant. Auch so Aufbewahrungsgeschichten kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und sogar um 50% rabattiert ist das Bamboo Barrel mit 8 Pads und dieser Wash Bag. Also das ist um 50% reduziert. Jetzt haben wir auch noch Sunny Life. Da ist auf alles 70% Rabatt. Ist auch eher so eine Sommermarke. Die hatten, glaube ich, Luftmatratzen und diese Sitze. Sparen und so weiter. Das ist dann, glaube ich, für den nächsten Sommerurlaub eine ganz schöne Sache. Es sei denn, ihr fahrt jetzt zum Beispiel gerade weg. Dann könnte das ja auch was sein, ne? Genau. So. Weiter geht es mit der Kategorie Body. Also mit dem Körper machen wir weiter. Da fällt natürlich alles auch rein, was so ein bisschen self-tan-mäßig unterwegs ist. Wie zum Beispiel Bali Body. Die haben auf alles 30% Rabatt. Also falls ihr euch für den nächsten Urlaub, für den nächsten Sommer schon mal ein bisschen eindecken wollt. Ich empfehle ja sowieso immer so ein bisschen auch a-zyklisch zu kaufen. Also, dass du quasi im Winter Sommer Produkte und im Sommer Winter Produkte kaufst. Weil dann ist alles immer noch ein bisschen günstiger. Genau. Da bekommst du, wie gesagt, 30% auf alles. Dann gibt es auch noch die BB Cream und das Self-Tenning Water, was um 50% rabattiert ist. Und den Passport Holder, der um 70% rabattiert ist. Ist dann halt eher so ein Random Produkt. Bondi Sands ist ja auch noch mit am Start. Die haben auch per se auf alles 30% Rabatt. Und auf das Self-Tenning Back, auf den Self-Tenning Back Applicator, also auf den Self-Tenning Rückenapplikator und den Self-Ten Eraser in 200ml Größe bekommst du sogar 50% Rabatt. Und dann haben wir auch noch die Bonnie Sands Pure Reihe. Da bekommst du 50% Rabatt auf die Pure Linie. Ich fühle mich echt wie so eine Nachrichtensprecherin hier. Unglaublich. Also, als nächstes kommt Frank Body. Ja, die haben ziemlich interessante Geschichten. Da könnt ihr auch zum Beispiel mal bei den Peelings vorbeischauen. Oder auch bei der Popocreme tatsächlich. Bei der Oberschenkel-Popocreme-Geschichte. Die habe ich auch mal verwendet. Fand ich auch ganz cool. Die haben 30% auf alles. Also, das ist auch eine ziemlich coole Marke, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, weil die auch sehr, sehr witzig sind, um ehrlich zu sein. Loving Tan haben wir mit 30% Rabatt auf alles. Und 50% gibt es sogar auf das Deluxe Gradual Tan Produkt. Ich meine, dass wir das auch im Adventskalender schon finden durften. Und dass Kati Contra Junkie das auch immer ziemlich abfeiert, ne? Genau. Dann haben wir als nächstes The Fox Tan. Also, wirklich sehr viel mit Tanning ist hier am Start. Die haben 30% Rabatt, aber nicht auf alles, sondern auf das Rapid Men. Nein, wahrscheinlich Rapid Tan Mist. Dark Tropical Self Tan Creme. Dark Tropical Self Tan Mousse. One Night Only Tan Instant Wash Auf. Und Rapid Warming Balm. Und natürlich auf den Rapid Bronzing Balm. Genau. Darauf gibt es 30% Rabatt. This Works wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass es das auch bei Purish gibt. Fand ich sehr, sehr interessant tatsächlich zu lesen. Also, auch diese Liste bringt mich selber dazu, dass ich auch gerne shoppen gehen möchte. Da gibt es 30% Rabatt auf alles. Bei der Kategorie Gesicht sind wir jetzt angekommen. Oh wow, ja. Und das dürfte dann auch sogar schon die größte und letzte Kategorie sein. Ja. Ne. Wir haben auch noch die Haare. Nicht vergessen. Okay. Also. Dann machen wir mit dem Gesicht weiter. Da haben wir Ecnemi. Ecnemi ist eine Marke, die ja auch sehr, 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 sehr doll gehypt wird. Mit Produkten, die halt super auch gegen Akne halt helfen sollen. Oder gegen unreine Haut. Da gibt es 30% Rabatt auf alles. Für mich persönlich mit meiner sensiblen, trockenen Haut ist es nicht immer unbedingt was. Wenn dann verwende ich es halt wirklich nur punktuell. Also wenn es dann zum Beispiel um BHA oder sowas geht. Als nächstes haben wir Vanilla. Vanilla ist mit 20% Rabatt auf alles am Start. Und da gibt es zum Beispiel auch diesen Clean It Zero Cleansing Balm, den ich gut finde. Aber nicht so gut wie andere Marken. Also da gibt es dann gleich auch noch eine andere Marke, wo auch ein schöner Rabatt drauf gilt tatsächlich. Aber kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist ein Cleansing Balm, der sehr, sehr beliebt ist. Und das ist ja der erste Schritt vom Double Cleansing. Dann haben wir Benden. Benden oder Benton. Benden denke ich mal. Kannte ich tatsächlich auch schon aus dem K-Beauty Sektor. Die haben ja auch so ganz interessante Augenpatches und so. Und ich glaube, das war mit so die erste Firma, die diese Augenpatches überhaupt in diesen Pöttchen rausgebracht hat. Die haben 30% Rabatt auf alles. Und 50% Rabatt auf das Honest Eyelash Serum. Wusste ich auch nicht, dass die sowas haben. Sehr interessant. Ich bin aber nach wie vor ein Fan von dem Grandin Lash. Da hat mich ja auch Purish damals draufgebracht. Dann haben wir Bybee. Und da gibt es 30% Rabatt auf alles. Die Marke kenne ich jetzt so nicht unbedingt. Also ich habe die Marke schon öfters mal in Boxen und so weiter gesehen. Auch eine Skincare-Marke, die man... Oder hatte ich da mal dieses Strawberry-Alexis oder so? Weiß ich gerade gar nicht. Code Baha sagt mir ehrlich gesagt auch nicht so viel. 30% Rabatt auf alles gibt es dort. Dann haben wir Cosr-X. Das ist auch eine Marke aus dem koreanischen Beauty-Bereich. Da haben wir 30% Rabatt auf alles und 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte. Das ist einmal das BHA Black Hat Power Liquid und das AHA 7 White Hat Power Liquid. Also BHA ist ja dann quasi Salizösäure. Da habe ich euch hier mal ein Video über Wirkstoffe gedreht. Das geht dann halt wirklich eher so Richtung Unreinheiten. Und AHA geht in Richtung Anti-Aging, Slow Aging. Und das sind beides chemische Peelings. Dann haben wir Dr. Jart. Auch das ist eine ganz, ganz tolle Marke, die auch sehr schöne Masken machen. Da kriegst du 20% Rabatt auf alles. Also schaut euch da auf jeden Fall die Gesichtsmasken an. Die sind wundervoll. Face Theory gibt 30% Rabatt auf alles. Und jetzt kommen wir zu der Marke Geek & Gorgeous. Da hätte ich mir gehofft, dass die einen höheren Rabatt anbieten. 15% Rabatt hauen die raus tatsächlich. Und damit haben die, glaube ich, mit unter den niedrigsten Rabatt. Wobei es natürlich auch Marken gibt, die gar keinen Rabatt geben. Was ich auch sehr, sehr schade finde. Aber Geek & Gorgeous hat zum Beispiel meine aktuelle Abschminkroutine unter ihren Fittichen. Da habe ich mir den Abschminkbomb und das Jelly Joker Produkt gesaved. Und das verwende ich. Und das ist sehr, sehr, sehr gut. Aber auch sehr, sehr häufig ausverkauft. Holika Holika. Auch das ist eine koreanische Beauty-Marke. 30% Rabatt auf alles. Huxley, sagt mir auch nicht so viel, gibt 50% Rabatt auf alles. Isntree, also wir haben viele K-Beauty-Marken, richtig interessant. Gibt auch 30% Rabatt auf alles. Und 50% Rabatt auf das Hyaluronic Acid Moist Cream Produkt. Und, jo, das ist die Hälfte. Das ist viel. Chorus habe ich ja auch schon angekündigt, dass die ja zum Beispiel in dem Parfümbereich auch auftreten. Das ist eine Naturkosmetik-Marke aus Griechenland. Griechenland. Und da habe ich auch den Adventskalender zu ausgepackt. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Da gibt es 20% Rabatt auf alles. Sehr, sehr schöne Düfte haben die in ihren Produkten tatsächlich auch drin. Laneige gibt 30% Rabatt auf alles. Da gibt es ja zum Beispiel diese super geliebte Lippenmasken-Geschichte, ne? In verschiedenen Geschmacksrichtungen. Habe ich auch schon in verschiedenen Richtungen ausprobiert. Ich muss sagen, die Schoko-Variante war nicht so unbedingt was für mich, weil das halt auch ein bisschen getintet hat, also gefärbt hat, ne? Tatsächlich. Lumen ist ja ganz, ganz neu bei Purish auch eingezogen. Und die geben direkt 30% Rabatt auf alles. Ich hatte da ja zum Beispiel den Adventskalender ausgepackt. Den hatte ich mir selber gekauft. Und das ein oder andere Produkt auch schon verwendet. Ja, die Nordic Sea-Maske zum Beispiel. Die war sehr, sehr schön. Und auch die, ja, dekorativen Kosmetikprodukte von denen sollen sehr, sehr angenehm sein. Da hatte Steffi, als wir mal so ein Purish-Wochen-Gedönsen hatten, auch mal ein Full-Face zugeschminkt. Sehr cool. Nyx, das kennen wir zum Beispiel von dem Wheel Prodigieuse. Also ist auch für die Haare, aber du hast auch ganz viele Skincare-Produkte dort mit dabei. Gibt 20% Rabatt auf alles. Also auch dort, wenn ihr zum Beispiel dieses Haaröl euch nochmal nachordern möchtet, das könnt ihr dort dann mit 20% Rabatt machen. Paula's Choice, eine super beliebte Marke, ist auch schön mit dabei mit 20% Rabatt auf alles. Finde ich sehr cool. PSA, auch das ist eine Marke, die mir nicht so ganz geläufig ist, gibt auch 20% Rabatt auf alles. Und auf die Golds gibt es 50% Rabatt sogar. Purito gibt 30% Rabatt auf alles. Also hier scheinen wirklich die ganzen K-Beauty-Marken mit 30% unterwegs zu sein, was ich sehr schön finde. Also falls ihr euch da mal ein bisschen näher mit der Skincare beschäftigen wollt. Q&A hat auch ganz, ganz interessante Sachen, vor allem auch recht kostengünstige Sachen und die geben auch nochmal 20% Rabatt. Skinlick gibt 20% Rabatt, auch das eine Marke, die mir persönlich nicht so geläufig ist. Auch Skintegra gibt 20% Rabatt, kenne ich auch nicht. Some By Me, kenne ich auch, das ist eine koreanische Marke, die selbstverständlich mit 30% mit dabei ist. The Ordinary ist eine Marke, wo ich auch schon Produkte von ausprobiert habe, aber ich muss gestehen, dass sie bei mir persönlich nicht ganz so gut wirken, wie die Produkte, die ich normalerweise so im Einsatz habe. Gibt 20% Rabatt auf alles. Timeless, zeitlos, gibt auch zeitlose 20% Rabatt auf alles. Transparent Lab ist eine K-Beauty-Marke, glaube ich, ne? Oder? Gibt nämlich 30% auf alles. Dann habe ich noch Ultra Violet, die geben 20% Rabatt auf alles. Und auch dort findest du dekorative Kosmetikprodukte. Da ist ja zum Beispiel auch der Lichtschutzfaktor fürs Gesicht sehr, sehr beliebt. Und schon sind wir bei der Kategorie Haare angekommen. Und da haben wir einmal die Firma Answer. Die gibt 30% Rabatt. Und Color Wow, die haben so ein schönes Spray. Oh mein Gott, das ist so ein Leave-In. Also das machst du dir quasi nach dem Haare waschen in die Haare rein und fönst dir dann die Haare. Am besten glättest du dir die sogar. Und das gibt so richtig Glanz in die Haare. Wunder, wunderschön. Dieses Color Wow, schlag mich tot, Dreamcoat heißt das, genau. Die geben auch nochmal 30% Rabatt. Dann haben wir Fakai, eine so witzige Marke. Die hatte ich jetzt im Adventskalender auch drin gehabt. Hört sich einfach witzig an. Die sollen auch von der Wirksamkeit her sehr, sehr gut sein. Die geben 30% Hairburst. Ich weiß nicht, haben die wirklich eigene Haarprodukte oder ist es eher so Richtung Nahrungsergänzungsmittel? Auch hier 30% Rabatt. Harvest oder Hairburst heißen die. Geben 20% Rabatt auf alles. Invisibobble gibt auf den Original True Black 50% Rabatt. Was ich auch ganz nett finde, ne? Olaplex ist auch eine sehr gehypte Marke und da gibt es 30% Rabatt. Wow. Also ich glaube, dass viele sich da mega drüber freuen werden, weil das auch eine Marke ist, die man wirklich so häufig hört. Ich traue mich da nicht dran, weil ich einfach sage, ich teste sehr, sehr viele Produkte durcheinander. Und bei Olaplex musst du halt wirklich ein bisschen aufpassen, was zum Beispiel Keratin und so angeht. Und ich beschäftige mich sehr intensiv mit den Inhaltsstoffen, was Skincare angeht und versuche da einfach auch wirklich immer schlauer zu werden und immer mehr zu wissen. Aber ja, ich bin noch damit beschäftigt, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt auch noch die nächste Baustelle Haare aufmachen würde, hu, dann wird wahrscheinlich mein Kopf explodieren, weil das ist ja, ich bin darin ja nicht ausgebildet, ne? Also das ist nicht mein Beruf in dem Sinne. Auch die Marke Shine bietet 20% Rabatt auf alles an und da hatte ich mal irgendwann Shampoo und Spülung mit dabei. Auch eine sehr schöne Pflegemarke für die Haare. Also da muss ich sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht ordere ich mir da mal in Full Size was nach. Könnte auf jeden Fall passieren. Und ich glaube, last but not least, yo, haben wir Slick Hair. Da gibt es auch nochmal 20% Rabatt auf alle Produkte, die ihr bei Purish findet. Wow, also hier habe ich wirklich Kabittjes gegeben, Leute. Ich habe euch zugeballert, ne? Ich hoffe aber, dass da vielleicht das eine oder andere für euch mit dabei war. Auch das eine oder andere, was ich euch so empfehlen konnte, wo ihr sagt, Mensch, interessant, schaue ich mir an, dann super gerne mit Claudies Welt 10 bestellen. Dann bekommt ihr nämlich Rabatt. Und, ähm, also nochmal on top. Und ich bekomme natürlich eine kleine Provision, damit würdet ihr mich irre supporten. Ich versuche euch auch in den nächsten Tagen, sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram, ein paar Produkte einfach nochmal näher zu zeigen. Ansonsten verlinke ich euch auch ganz, ganz, ganz viel, sowohl Produkte als auch irgendwelche Playlists oder was auch immer in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da zeige ich euch so viele Produkte. Und fast alles, was ich euch immer so zeige dürfte, jetzt auch wirklich gerade im Sale sein. Das ist der Wahnsinn. Sehr empfehlenswert, da mal vorbeizuschauen und gegebenenfalls, wenn ihr möchtet, zuzuschlagen. Und, ähm, ja, dann wäre es das hier tatsächlich auch schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Dämpchen ein Träumchen. Denn ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.